Yo Leute, willkommen wieder zum nächsten Part. Warte, ich mach die Musik mal jetzt komplett aus im Hintergrund. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört und da machen wir auch sofort weiter. Gehen hier rein. Kurz mal meine Haare richtig gemacht. So. Ähm. So. Bam. Einem Schlag alle geholt. Ah, hör jetzt mal auf zu sprinten. Zack, zack. Ähm. Ähm. Hallo. Es wäre jetzt nur sehr schön, wenn ich diesen, alter, idiotischen Sprung schaffen würde. So, hier können wir jetzt den hier rausholen, aber ich versuche, ja, was ich geschafft habe, da ran zu kommen. Ähm, nein. Ähm. 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 Kann ich nochmal zurück? Kann ich nochmal zurück? Ja, ich kann nochmal zurück. Alles gut. Ja. Ich komme. Ich komme euch helfen. Ich wusste natürlich, dass die da sind. Und rein da. Das often ist gut. ахmann ääähm. Nein, nein. Hahha. und das ist so wenn wir jetzt keine Punkte für gekriegt haben das ist die schnellste Lösung jetzt zack jetzt können wir da durch nein an den komme ich nicht mehr ran nein ja ich habe gerade die Musik mit gesummt warum weiß ich nicht ok rufen sie nach Hilfe weiß aber jetzt gerade nicht wo hier nicht wenn ich hier noch weiter hoch komme ich nicht früher äh lol das weiß ich jetzt nämlich gerade nicht wo die nach mir rufen das wäre dann nämlich auch wieder ein verschränkter Punkt aber da unten wo haben sie gerufen hier durch das Level durch ah ja das kannte ich noch zack zack bahn nein bahn und nächste klatschen doch zack runter zack und bahn oh mein Gott coole auftritt verschenkt so so haben wir das gemacht können die nächsten Gegner schon mal dran glauben ok was ist das ja diese Blumen die verwelken wenn man zu lange sie berührt verdammt verdammt hab nicht mehr alle gekriegt aber ein paar aber ein paar dich will ich auch noch klatschen jetzt will ich auch noch ah nein verdammt hab ich nicht mehr bekommen dann klatschen wir dich kaputt ahhhh verdammt ach ach ja so mit uns sowas was sonst gerade passiert ist nicht nochmal passiert und los wie soll man da hochkommen das war nur Witz wie soll ich da hochkommen seh ich aus wie Batman ah hier ach ne ich hasse so nen Kapp ach so das das nein ach gut gut ach scheiß jetzt auf alles was kommt Aufs Maul, aufs Maul Nein Fuck Einfach weg hier Scheiß drauf jetzt Ich will das Level jetzt einfach nur beenden Weil der Part auch gleich Zu Ende sein muss Ja okay Jetzt sind wir ja schon da Letztes Mal sterben musste einfach sein Das wäre der Part langweilig gewesen Das Maul Das Maul Das Maul Das Maul Ja gut noch bekommen So Haben wir den Den Zeitbonus habe ich irgendwie noch nie bekommen Ich weiß nicht was man dafür machen muss Um diesen Zeitbonus zu bekommen Egal wenigstens Einen Stern wieder bekommen Na ja Okay Das war dann Zurück Zur Lichtung der Träume Nein okay So heißt diese Welt hier Sorry Das war dann Der Weg der Fäuste Ne der Weg der Faust Ähm Und Im nächsten Park machen wir dann Der mit dem Strom Schwingt Schwimmt Nicht schwingt Oh mein Gott Mann Ähm Ihr merkt schon Naja Egal Muss ich jetzt nicht erläutern Naja Das machen wir dann im nächsten Level Das Level hier Was ich jetzt auswählen wollte Was ein fataler Fehler gewesen wäre Naja Ich hab ne Nachricht Die zeig ich euch jetzt natürlich nicht Nochmal zurück ins Level Okay Dann bis zum nächsten Part Ich freu mich schon Und bis zum nächsten Mal Tschau Leute